Guten Morgen und Willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalten. Es ist 8 Uhr 47. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlavors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Sollte du Spannburg fl 투 Zur Erinnerung, der 10-Kampf auf dem Black Mesa-Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Das Halbfinale für das Hochsicherheitspersonal wird in einer separaten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe zu unserer Betragung bekannt gegeben. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben hängt von Ihrer Fitness ab. Haben Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa-Team eine wertvolle Bereicherung wäre? Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Musik, Biotechnologie oder anderen hochtechnisierten Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Retro-Tierabteilung für Zivilpersonenverbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Bewerbungen und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor 10. St. KC-Watt habitieren Sie eine direkte Erinnerung für »Sektor 10.« Einhalt, am besten Sie wissen, Sie müssen oder andere Angriff »Sektor 10.« Sie müssen jetzt die Wärme, endlich der Wärme und die Kontrollräume für die Kiao-Konferen. In der Wärme, endlich der Wärme, endlich der Koffel im Hintergrund ist, für die Koffel-Konferen. Der Böcker hat Sie sich die Wärme aber in den Koffel.